aha jetzt meine güte noch eins ja okay keine ahnung was das jetzt aber okay der mark england nicht ja aber herzlich willkommen wieder zurück so was drei ich bin das kreis max und ja wie man hier warum jetzt schlimm weißt du ich habe es manchmal da hast du so ein richtig übles jungen das ist richtig dämlich egal ja wie man sieht haben wir hier einen fusionsreaktor die wir uns gebaut haben mit bisschen strom drum und energy kristall und das ding ist nämlich schon am laufen schon ein bisschen was am laufen ich konnte gestern abend die finger nicht stillhalten habe ich einfach mal durchprobiert ja was habe ich gemacht ich habe hier ein bisschen wasserstoff dran geballert das in den tank und wächst erin genau schön anders lösen ist eine gute flaschbrotoffeln ist gut anders so wunderschön einmal anders dann geht das ja was habe ich gemacht ich habe hier ein paar kühler hingesetzt ich habe hier ein paar kühler hingesetzt und das war es das warum hier einer ist und da mehrere ist weil das ein helium kühler ist weil der viel mehr bringt als die wasser kühler und so kram anfangs hatte übrigens gehofft ich könnte hier einen entangle port da hinsetzen um die energie zu übertragen aber der hat nicht mehr gereicht der war einfach zu wenig deswegen musste ich für die mittlerweile 2,1 millionen f die tic hier den den energy crystal benutzen ja so weit toll das ding läuft dass ich macht mir deuterium und ja es läuft also es läuft auch gut und wir haben eine volle effizienz von 100 prozent wenn das denn mal voll aufgeheizt wäre braucht wahrscheinlich noch eine ganze weile bis der auf 100 prozent ist aber ehrlich ist es nicht so das problem ich meine das ding macht mutan 2 da 2,1 millionen f wir sind hier jetzt auf 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 3,2 3,3 millionen also schon ordentlich hier haben wir 600.000 partze quetschte und hier unten geht mir immer noch heliopflöten ich weiß nicht wieso irgendwo flötet mir der helium hier irgendwie weg oder so hier habe ich noch ein bisschen im tank dran aber naja keine ahnung wieso ich weiß bis heute noch nicht weil normalerweise wenn mir das helium irgendwie weg kommen würde müsste es ja also wenn sie dann drin hängen bleiben würde würde es ja hier auftauchen aber was tut es nicht also ja es ist irgendwie irgendwie recht blöd aber naja er kann ja nichts gegen nichts gegen machen wo sag mal was haben wir noch erscheint so ja hier funktioniert auch einfach wunderbar 180 300 prozent effizienz ja also das funktioniert als mein spielplatz ist wunderbar aber mein spielplatz von fusionsreaktoren ja den kann man natürlich noch erweitern wir haben jetzt natürlich ein fusionsreaktor der deuterium macht wir haben hier auch ein rezept für deuterium und deuterium hier deuterium hat eine drei farben dreimal so lange lebensspanne und wesentlich mehr energie wie fahren wir hier 560 nachher 560 dafür braucht eine wesentlich höhere temperatur also hier mal 2600 millionen kelvin und bei dem anderen 5800 ist ein bisschen mehr hat aber auch eine wesentlich geringere lebenszeit und macht weniger energie also ja was wir machen ist aller wahrscheinlichkeit nach dem zweiten fusionsreaktoring damit wir uns einfach sagen können von wegen hey wir haben zwei fusionsreaktoren der eine macht das zeug das deuterium der andere macht anderes zeug also ja das werden wir aller wahrscheinlichkeit noch bauen müssen aber bevor wir das machen muss ich zuerst meinen zweiten erläufer das machen zumindest für die ingrids für ein paar ingrids weil mir das ziemlich auf den seinkl geht dass es ewig lange braucht das tafe allein und so also ein neue von nas und die habe ich natürlich nicht automatisiert deswegen muss man noch manuell bauen aber es ist nicht so das problem hoffe ich zumindest mal so scheiße geht natürlich nur einer so gut mit dem bogen tue man dann nichts die habe ich einfach nur da weil wegen schön und so nähe aber mit den läufern das muss man gucken dass wir die kraft noch machen damit man paar rezepte klonen können auch noch importer wunderbar ist sogar drei von und das wäre es dann soweit ja risch hinsetzen himmels will nur eins so dann was jetzt auch ferro bohren ich glaube schon läufern ist ja egal processing du 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 möglichst nicht die sondern die danke sehr hatten wir was taf neu dort kriegen wir auch in den hier geballert elektro dingens der kostet mich was genau advanced platings ja taf neu und grafit das den mache ich wo noch mal krascher das macht mit dem grafit das glaube ich aber ich habe keine ahnung mehr das lassen wir einfach mal aber die beiden hier sind schon ein bisschen wichtiger dass das zumindest angeht ja ich glaube die werden wir zuerst mal hier rein tun wo ist mein device da hier mal upgrade jetzt du 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 ja das braucht jetzt noch eine sekunde gut dann brauchen wir noch da hier beides mit dort ihr auch mit und ihr habt nur einmal spielt dreimal spielt okay das erledigt dann ab damit ein auf in die breche es ist kalt heute es ist schrecklich kalt heute so wieso es brauche ich eigentlich immer in der leitung das ist komisch das müsste ich eigentlich irgendwann mal ändern so ja wie machen wir das einfach hier oben hinbauen relativ einfach da muss niemanden stört du und du da läufern ist da importer 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 speed speed stack und so dazu kommt jedoch die pass speed 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 wieso habe ich diese patterns eigentlich nur einmal gemacht ja das ist mir keine ahnung was mich da überkommen hat 22 hero buchern so was haben wir sonst noch so in dem hier was war das aha gesundheit was brauchen wir noch das hartkaben oder so wenn man das tavoloi so machen können warum das nicht so dringend magnesium die bohrer hat shibuichi wofür zum teufel wird das gebraucht für signalung aha alles klar gesundheit naja also anfangs erst mal mir fällt nichts ein was ich so in massenbraucher abgesehen davon also vielleicht nicht alle drei so machen wir das die hier bekommen noch die upgrades und dann hätten wir das auch schon mal gemacht na gut ein schlückchen energie wäre auch nicht schlechter habe keine keine flux dinger mehr fliever die weiß flugs flugs so das waren die falschen besser so ist das nicht schön die haben jetzt alle strom und wir brauchen ich habe keine ahnung alle gehen wir nach oben weil jetzt bauen wir ring 2 vom fusionsreaktor den lassen wir dann wie gesagt hoffentlich mit dort her im laufen hoffentlich reicht das was der erste ring produziert ich denke mal ja ich weiß es aber nicht aber das werden wir sehen das erste was ich jetzt brauche ist ein bisschen cobblestone warum weil wir ganz einfach mal dinger machen 45 das reichen ja ich glaube das reicht ja das reicht was wir aber dann nutzen werden sie erst mal die hih connector hi david wie geht's wie steht's ich hole schon connector das ist ein sechs mal drei sind 18 danke matte dazu kommen noch die ganzen dinger davon wieso brauchen diese fusion connector so lange habe ich da was vergessen david auf deutsch net auf englisch bls ok ja ich hab mal eine meiner klasse die hieß david herz der hat immer hat man gesagt die bilder auf englisch haben also naja machine das nordic serbe item lma und zwar so richtig das ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist nicht schlimm bist du gerade erst online gegangen ja ich bin seit zehn minuten da also ich selbst nicht wirklich schlimm oder so und wieso tut der das schon wieder nicht was hängt denn lithium ingerz und ferroboron ja macht doch dein lithium mein gott das habe ich da jetzt schon woanders reinge ich krieg die kotze das andere rezept spielt ihnen das lithium ne ne das sind das sind zwei unterschiedliche rezepte ich bin jetzt gerade überlegen ich weiß dass ich einmal für flüssiges benutze ich umgekehrt da sind ich den ingerformer um vom flüssig auf ingerz zu machen sondern was anderes aber ich weiß gerade nicht mehr was ich für das lithium ingerz benutze das heißt das schmelze ich einfach bloß das mache ich also nicht so dass ich eben das erz schmelze oder das pulver direkt aufschmelze sondern daher werde ich einfach wahrscheinlich nur in den ofen schmeißen oder so lassen wir mal gucken da ja hier redstone für das lithium das damals das sind zwei verschiedene rezepte für das lithium ist halt bloß das problem dass der momentan das lithium auf dem oder von dem ding jetzt hier macht glaub ich wo habe ich den redstone noch mal ja ich weiß ruckel ruckel dann hatte ich hatte ich doch hier oben naja aber der macht jedoch nichts habe ich das lied schon gemacht anscheinend hier ist es normal lithium ach so was war das ding im ruck zu haben was zum teufel macht diese sound ferro boron warum hängt das beim hier ist auch processing aber das heißt ich wette mit dir irgendwas hinten hängt ich weiß nicht ganz was was kann da hängen hat doch alles drin der müsste gar nicht irgendwie der sagt processing ferro boron das heißt ich beneide die technik bauen aber das gleichzeitig schön bauen können ja also erlischt das ist mir relativ so hier haben wir das das ferro boron ist hier aber den import ja es ist irgendwas habe ich vergessen ich habe vergessen importer anzuschließen da war der fehler okay alles gut jetzt tut's wieder und wenn ich meinen das schön bauen das habe ich das werde ich nie schaffen nie habe ich noch nie geschafft werde ich nicht schaffen und da habe ich mich ehrlich gesagt mit abgefunden da hast du jetzt in die connecte auch fertig gut ich brauchte die connecte noch gar nicht ich auch mit main ding fusion kerner fusion der hier du brauchst elit plating und zwei elektro genau elit plating 1234 start start e kall reaktor start start und das wäre es dann glaube ich fusion du du gibt mir den zweiten gibt mir den zweiten ich habe gesagt gibt mir den zweiten euro boron der ist noch dinge so machen ja der ist die norm kraften hier das dürfte jetzt aber auch relativ flott gehen gott so lang habe ich jetzt drei drei kreft sagt nein genau mein computer sagt nein mein computer sagt nein immer streichen ich hab jetzt damals damals in der schule oh mein gott wir haben uns glaube ich dass ich weiß nicht wie oft gegeben es war einfach nur traurig wir hatten einfach in dem groß kollegium entweder zu viel zeit oder so viel langweil wir haben uns jede pause immer nur dieses verkackte little britain gegeben oder south park oder hier look at my horse und krams gott hatten wir keine hobbys also wir hatten da echt so viel freizeit das war vielleicht scheiße da ist ja gut ich kann sich da draußen 1234 gehen her ich kann es trotzdem nicht hinstellen ich sollte auch nah genug kann kein miner diesmal kein miner diesmal wie meinst du kein miner fein miner ach so der benutze ich nicht immer um himmels willen als er hat mir das ding da unten oft genug kaputt gemacht ich würde mich selbst verfluchen wenn ich noch mal machen würde es gibt mir das connector ich habe die vergessen mit ich war noch 6 1 2 3 4 5 6 jahre 3 4 5 6 4 5 6 und die letzten sechs so wunderschön jetzt muss ich einfach nur noch den kram drumrum bauen also wenn du eine vorlage hast wie das ding bauen muss dann ist das echt einfach läuft der obrige reaktor schon ja der läuft auf mein dass das summen hörst du doch der läuft auf 97 prozent effizienz von 100 noch ein paar tausend kelvin und dann haben wir es der läuft sogar ziemlich gut aber er macht eben nur deuterium und das deuterium werden wir hier in dem zweiten reaktor missbrauchen ich hoffe dass der schnell genug ist weil der hat eine lebensspannung das deuterium hat zumindest eine lebensspannung die ist dreimal so lang wie die von dem wasserstoff und da hoffe ich halt eben dass wenn wir das ding eben so groß bauen wie wir es hier gerade bauen dass das dann langsam beziehungsweise schnell genug ist scheiße die leitung ist so doof da da eben ja lange genug die lebenszeit hat dass ich da das deuterium so direkt mit benutzen kann ohne dass ich jetzt mehr deuterium brauche das wäre doof ich könnte das deuterium auch über mechanism machen aber das lasse ich jetzt einfach mal super laminar genau so das wäre ja langweilig wäre langweilig ich versuche es einfach mal zu regeln irgendwie das gemacht und wieso falle ich wenn ich schiff drücke vom kabel runter naja ok muss ich nicht verstehen ist auch egal und gebe mein koppelsturm so auf jeden fall finde ich schön dass die wenigstens hier was willst du noch alles in den pack bauen ach das ist noch viel ich will auch noch mit mit blatt magic eventuell mal machen und wenn es so passt das nächste machen wir machen ist auch das ding auf tier 8 zu upgraden aber dafür werde ich wahrscheinlich noch ein paar von den hier vierischen altaren bauen und immer die gemacht haben ja vielleicht das tier 6 luther panel von environmental tech und ach keine ahnung mir fehlt noch mir fällt noch viel ein glaubt mal wir haben noch so ein paar dinger zu basteln und vor allem haben wir auch noch dinger die ich momentan jetzt nicht einfallen also wir haben noch genug zu tun keine sorge ne warte jetzt bin ich als zu weit oder ja als zu weit prima rückgängig danke sehr ich meine ich würde zwar gerne versuchen hier muss das zwei breit sein ne 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 das muss nur so sein nicht zwei breit sondern äh oh was zum hab ich das nicht weggemacht ach jesus was zum teufel du hast die drei te reihe weggemacht net die zwei te damit damit dann geht dann geht dann geht ja so schnell kann es passieren und jetzt gehen wir noch kurz nach hier oben und sammeln uns den ganzen kram hier ein haben wir sonst noch was vergessen ich glaube nicht jetzt richtig jetzt ist es richtig hier ist kein doppelt näher ist noch nicht 23 keine blöcke mehr okay da hat die paar fehlen mehr gut ähm fusion woher komm du 64 machen so 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 geweldet irgendwo da ja aller kommst du wohl her so low so so !'s erledigt Nächstes Ding ist, ich muss das Limit von den Flux Flux Fluxen, genau, von den Conduits, Flux Conduits, eventuellen, wie heißen die Dinge nochmal? Flux Stabilized, so heißt es die, Flux Stabilized, nicht, na egal. Warum zum Teufel habe ich keine Advanced und Basic Platings auf Vorrat? Advanced Advanced Plating Äh, habe ich mal verpasst? Wieso habe ich den nicht auf Vorrat? Oh, weil der gerade am Kraften ist, du Vollidiot. Danke! Rezept Ich bin was am Kraften, das ist natürlich... Ja, mhm. Ist okay. Aber, aber sonst ist alles noch gut im Kopf, ne? Sonst ist alles noch wie wunderbar im Kopf. Also, äh, ja. Okay. Gott, noch eins. Hab ich einen an der Waffe. Oh, mehr Flux Doktor. Jesus, bist du langsam. Oh, mir fehlen Schneebälle. Oh, das ist natürlich unschön. Ich hab keine Schneebälle mehr. Äh, wie war Schneebälle? Snowball. Deswegen hab ich auch keine Flux Doktor mehr. Wir könnten einen Frozen Core benutzen, Schneeballblock oder halt einfach dreimal. Uh, matter. Ähm, ja. Ja, ich glaub, ich weiß, was wir dann nehmen, ne? Du, 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 du. Äh, processing weg. Stimmt, die Quantum Query müssen wir auch noch bauen. Da bin ich Mütze eine drüber mützen kann. Woher hast du das U-Matter her? Äh, dann U-Matter, die 100 Billiarden, die ich habe, die hab ich alle vom, vom Fabrikator hier. Der hier. Da jage ich halt einfach Cobblestone rein und der macht dadurch eben Zeug. Äh, ist der an? Ah, der ist das Problem. Gut. Äh, ich hab die hier aus. So. Wenn ich die mal anmache, dann macht der eben Scrap und, äh, das nicht gerade wenig. Äh, da auch noch. So. Machen wir hier die hier. Dann nimmt der sich die ganzen Scrap da aus. Sind das die Originalrezepte wie vom alten U-Matter? Äh, ich glaube nicht. Ich, ich weiß es nicht. Also es ist alles nur U-Matter, aber ist ja auch egal. Hier siehst du dann, äh, das ganze Zeug, was ich habe, wird dann hier reingepastelt und, naja. Das ist dann alles schön. Round Robin des Abels. Save. Ah, ne, ist ja, ist ja Insert. Entschuldige. Ist ja nicht Extract. Naja, auf jeden Fall, äh, ja. Ballert der halt einfach macht das ganze Kram nach hier und, äh, ja. Ne, macht daraus eben U-Matter. Ist ganz nett. Könnte man behaupten. Das einzige Problem ist natürlich, ich brauche dafür 100 Milliarden Cobblestone. Also, äh, ich baller hier gerade mehr Cobblestone rollen als sonst irgendein Krams. Ich meine, gerade geht's noch so? Vorsichtig gesagt. Ähm, ist aber auch nur deswegen, weil ich hier den Input weggemacht habe, der momentan eben nicht an dem, äh, Recycler hängt. Ich bin noch nicht sicher. Ich könnte zwar natürlich noch hier vorne eine Kiste dranhängen, die dann mehr da reinpumpt, aber ich habe dann auch so ein leichtes Problem, was die Energie angeht. Ne, ich kann hier nicht mehr Energie reinpumpen. Es gibt zwar eine Möglichkeit, wie man das machen kann, aber die ist ein bisschen kompliziert. Weil dann müsste ich mir die Glasfaserkabeln von, ähm, Industrial Craft machen, die in einer Reihe legen und mit dem, äh, Recycler verbinden und dann eben an eine Glasfaserkabel eine ganze Menge von den Universalkabeln machen und alle voneinander trennen, damit die alle als einzelner, äh, RF-Konverter eben dienen. Ich könnte das Ding noch schneller machen, noch viel schneller. Aber, äh, dann kommt so das Problem von wegen, wie kriege ich da den Scrap alles raus? Das ist so das Problem. Du musst doch nur mehr RF in die Kabel jagen. Ja, das geht ja nicht. Das ist so viel wie geht. Da ist ein Translocator, Translo, gibt's nicht. Da gibt's noch so was hier. Ein Translocator gibt's nicht. Tut mir leid. Ich hab mir schon mal überlegt, das eventuell mit einer, äh, Phantom Face zu machen, aber, ob das so funktioniert, EC2-Maschinen sind ja immer so eine Sache. Egal, auf jeden Fall, das Ding hier ist schnell genug und macht halt eben U-Matter. Und, äh, ich seh nicht so, als ob ich zu wenig U-Matter habe, ne? Hier 40.000, 41.000, also, ja. Die Itemnodes sind scheiße, seitdem die die, äh, GP und die Upgrades benutzen, also, wirklich scheiße. Weil, ähm, du benutzt ja momentan bei extra Utilities, da benutzt du ja hier diese Upgrades, ne? Die brauchen einerseits GP und andererseits die Dinger hier und die sind schwer zu craften. Wir brauchen Drop of Evil und Evil-Infused Dingsbums und dann auch die normalen Magical-Dinger. Alleine die hier sind scheiße zu machen, weil das musst du in einem sehr merkwürdigen Setup machen, wo du, äh, ein Auto anscheinend da hast oder so. Ach, keine Ahnung, irgendein komisches Etwas und die sind einfach scheiße zu machen und deswegen lasse ich da die Finger von. Finger von, weil ich nicht weiß, ob das jetzt schneller ist oder nicht. Ist auch egal. So, das ist drin. Äh, nächstes Ding wäre dann für mich zu gucken, hab ich hier Nö. Macht der mir Crew Stable Ice Dinger? Crew, ja, macht er. Wunderschön. Hat der einen Crafter drin? Er hat einen Crafter drin, okay. Ja, ich finde so, meh. Es gibt da bessere Methoden, wie ich das machen kann. Viel einfachere. Wie gesagt, die eine ist Phantom Face, das andere ist halt einfach, äh, ich weiß nicht. Eine ganze Menge, äh, Dinger, hier, ähm. Drei Edger, die mehr brauchst du nicht. Ja, ich hätte doch eine ganze Menge Zeit. Ja. Und ich muss den Mist auch noch hier, äh, dödeln. Ähm, hier. Sarret. Diese GP-Dinger brauche ich auch noch. Da muss ich auch noch eine ganz neue Fabrik aufbauen. Ah, hab ich keine Lust drauf. Es gibt Möglichkeiten und Wege, die das einfacher machen. Ender X? Nee. Ender X? Äh. Nö. Ich glaube nicht. Drei Edger, S-R-Hypsilon. Oh, ja, die ganze Menge. Flux, gib mir her. Soweit, so gut, jetzt. Act is cooler. Du geben dir verdammt viel GP und die verbrauchen sich nicht mal. Ah, ich muss das trotzdem nicht probieren. ich mag extra Utilities seit dem GP-Upgrade nicht mehr ganz so sehr. Äh, du, du, hallo. Äh, ich hab einen vergessen, ja, hier. So, hier, fünf. So, du, äh, du, dann auf der Seite waren, wie viele? Ein, zwei, ach, erst mal dezenter. wie viel brauche ich dann? 3D, 4D. Okay, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. So, dann brauchen wir jetzt die Exporter. Äh, Upgrades hab ich noch, da brauchen wir noch den Waterbucket, hab ich. Heliumbucket brauch ich noch. So, hätten wir das auch schon mal. Äh, und Buckable. Na gut, hab ich. so, zuerst mal, du, du, Wasser, Wasser, Eimer, Eimer, Mann, Gott, noch eins. Manchmal leckt der aber auch genau in den richtigen Momenten. So. Schalalala, ich baue nix. So, dann haben wir einmal den hier. Du, Helium. Wollte jetzt kein Stack reinzuholen. Und du ebenfalls noch mal Wasser. So, äh, ach, ach. So, ähm, so viel dazu. Le Deuterium. Wie machen wir's? Phantom Face nach hier unten? Oder nehmen wir uns ne Pipe? Äh, ich glaube, wir nehmen uns ne Pipe. Seit wann kann man die Upgrade stacken? Stacken kannst du nicht. Du kannst die nur halt ein Upgrade pro Slot benutzen. Ne, ich mein MINV. Achso, das geht doch schon immer. Das war noch nie anders. Kenne ich gar nicht anders. Äh, das ist das. Hier kann ich über... Oh, warte, wie viele Outputs kamen da raus? Oh, wie viele Outputs kamen da raus? Äh, PS. E-Magnus noch Powered, gut. Ähm, Kamner, Deuterium, Deuterium, drei Outputs, vier Outputs. Hydrogen, Tritium, Helium, Neutron, Fluid. Okay, also, dafür brauch ich dann vier Tanks. Großartig. Äh, Quantum Tank. Nein, du. Pro Buckets. Buckets. Das war nicht immer so. Ich spiele noch mit der Version, wo die sich nicht stacken lassen. Ja, aber schon mit was für einer Version spielst du? Ist ja von vorvorgestern. Also, das geht schon seit... Ich weiß nicht, seit einer ganzen Menge Versionen. Echt jetzt. MC1, 1,0, 2. Ja, 1,10,2, ich bin bei 1,12. Also, ja. Was zum Fick ist mit meinem Obsidian los? Geht mir Obsidian an. Der mag dich nett. Merke ich. Ich weiß nur grad nicht, wohin das bitteschön geht. Also, da muss mir einer erklären, was da passiert gerade. Der kann doch nicht immer weiter Obsidian wegfressen. VLLT Rezept. Ja, aber welches? Das ist ja gerade... Ich hab keins, was Obsidian so braucht. Ich hab eins, was Obsidian so braucht. Es hängt sich Cryo-Stabilized Fluctuct. Ja, okay. Na? Wenn man mal wieder nicht aufpasst, dann... Denk jetzt. Processing weg. Quantum Tank. Du bist auch weg. Quantum. Prima, jetzt konnte ich auf einmal 7 machen. Frag mich nicht, was da abgeht. Äh, apropos abgeht. Ultimates Mechanical Pipes. So, jetzt muss ich halt bloß gucken, dass ich... Ich denke, alle trenne. wo ist der Configurator? Wo ist der Configurator? Ist der auf Liquids? Das ist der Fluid Star. So, die sind alle Outputs. Äh, das sollte... Ja, Void Output Overflow brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Da habe ich hier Gott sei Dank die Quantum Tanks für. Äh, für einen Input Overflow brauche ich auch nicht, weil das beides Deuterium ist. Und das wär's, ne? Eigentlich schon. Jetzt müssen wir bloß noch einen Schluck Energie hier dran ballern. Ähm... Ha, 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 ha. So. Das ist grün. Hier ist grün. Hier ist grün. Ja, eher so ein Elefant. Er hat hier sind... Äh... Wie viel sind das? 256? Ja, komm, rechnen wir mal. Na? Rechner. Wenn das 256... 56... mal 50 sind 12.800 der FD-Tick, die Sonnenring braucht, nur um überhaupt grün zu bleiben. ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen was. Äh... So. Theoretisch, sobald ich hier ein Servo dran hätte, sollte der sich auffüllen. Und wenn er sich füllt, bin ich glücklich. So, du weg. Du an. Tank 1, Tank 2. Und jetzt muss man den nur noch aufheizen. Entangleporter. Das ist zwar Core-In, aber das ist egal. Wir können den auch auf Core-Out setzen. Und an. Jetzt warten wir kurz. Dann sollte der theoretisch anlaufen. Und zündung. Na gut. Das braucht schon wesentlich länger, um ein Bucket, äh, Deuterium wegzuballern. Das ist gut. Das ist, das ist gut. Du off. Aha, hier haben wir's. Aldutin, Tritium, Helium und Neutronen Fluid. Wunderschön. Wunderschön. Aber ja, äh, das Deuterium. Das muss ich jetzt mal im Blick behalten. Wie der Change ist. Was ist denn Neutronen Fluid? Einfach Neutronen Fluid, äh, in Anführungszeichen, ist im Normalfall einfach bloß ein solider Strom an Neutronen. Ähm, du hast halt eben bei einer Fusion von, sagen wir jetzt mal, Deuterium mit Deuterium. Ja, ein Deuterium ist ja ein Proton und ein Neutron, ja. Mit beides zusammen ist, nennt sich das eben Deuterium. Wenn da noch ein Neutron dran ist, also ein Proton, zwei Neutronen, hast du Tritium. Wenn jetzt zwei Deuterium verschmelzen, hast du zwei Protonen aneinander mit einem Neutron. Das heißt, ein Neutron bleibt übrig. Und das geht normalerweise als Beta-Strahlung, in Anführungszeichen, Beta-Strahlung, das ist falsch, weil ein Neutron selber nicht unbedingt Beta-Strahlung ist. Der Helium-3-Kern ist normalerweise die Beta-Strahlung, aber egal, ein Neutron-Kern geht eben weg. Im Normalfall sorgt das dafür, dass das Neutron eben gegen Kohlenstoff prallt im Stahl oder gegen Schlagmisch-Trot, was auch immer da jetzt alles benutzt wird. Auf jeden Fall prallt das gegen andere Atome und normalerweise sorgt das dafür, dass die anderen Atome dann verstrahlt werden, ja. Deswegen haben momentan Fusionsreaktoren auch das Problem, dass sobald sie angehen, sehr viel Neutronen produzieren, weil sie eben Deuterium-Etrizium fusionieren und dadurch halt eben auch unheimlich viel radioaktiven Abfall verursachen. Im Moment noch, ja. Momentan. Was man versucht, ist eine Bohr-Proton-Reaktion zu machen. Das heißt, einen Wasserstoffkern, reinen Wasserstoff, mit Bohr zu fusionieren, weil dadurch kriegst du ebenfalls Zeugs, aber eben keine Strahlung raus, also keine Neutronen-Strahlung. Was war das jetzt genau? Das ist hier ziemlich gut beschrieben. Ja, du kriegst hier überall nur Helium raus. Also zwei Protonen, zwei Neutronen. Das ist Helium. Wo hat ein Bohr war? Das heißt, weil du da vier hast. Ja, das kann sein. Du hast hier bei dem Bohr elf. Oh, elf. Oh, warte mal. Das ist Bohr elf. Warum die elf? Ganz einfach. Bohr ist vier? Ja. Normalerweise hat ein Bohr die Atommasse von acht, also Bohr, Bohr und acht. Bohr und elf bedeutet, dass das wesentlich mehr Neutronen hat. Ähm, das heißt aber, dass wir einfach bloß mit den, ähm, was? Nein, Bohr war vier. Bin ich jetzt blöd oder nicht? Ich bin blöd. Bohr war fünf. Entschuldige. Und ja, ich hab hier, äh, mal von meinem Freund geschickt bekommen. Äh, ein schönes Periodensystem. Also, äh, da stehen halt nicht die neuesten drauf, weil hier steht noch und 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 immerhin ist hier schon Flövorium und Levermorium drauf. Naja. Was habe ich verpasst? Los, danke wel. Äh, Scheiß, hab ich natürlich nicht geguckt, weil ein Bohr hat, ne? Äh, warte mal, kann ich noch gucken, wo ein Bohr hat. Er hat den zwei Rejektor gebaut und angemacht sieben. Bohr 11 ist das normal, ich hab mich vertan. Also, ich hab mich vertan, Bohr 11 ist das normale. Ah. Ja, so. Gut, was haben wir gemacht? Also, ich brauche jetzt, ich gucke gerade auf den hier, naja. Äh, wie war das jetzt? 8,1, 2,9, ne? Das heißt, wir machen mehr Bohr, mehr Deuterium, als wir verbrauchen. Das ist wunderschön. So, ja, was machen wir hier? Wir haben hier einen zweiten Reaktor angemacht, der eine Deuterium-Reaktion hat, um eben Zeug zu machen. Und, jetzt warten wir, bis der irgendwann mal auf, äh, ne ganzen Menge... Die machen aber ein bisschen Strom. Ein bisschen. Ja. Der hier momentan nur 1500, äh, F-Tintake und der hier 2,2 Millionen. Also, der ist jetzt bei 97%, der ist nochmal nicht bei 1000, äh, bei 100%, 1000%, ja klar. Ah, ja. Ich hab nämlich mal, äh, dat, dat, äh, Dingensvideo von dem eingeguckt. Geht der Start bei den ENR-Reaktoren? Es? Wie geht der Start bei den Reaktoren? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ach, du meinst den, ja, doch, natürlich geht der. Und wie der geht, der bringt's halt nur nicht so viel. Weil, die Skalen, die du hier hast, ne, die sind schon, das sind große Skalen, da hilft der auch nicht mehr allzu viel. Die brauchen halt wirklich ne Menge Zeit. Dann treck den in den Arsch. Da, wenn ich das mache, wenn ich das zu viel mache, hab ich das Problem, dass ich, äh, das Tutorium aus dem ersten Tank raussauge und dann der zweite nicht mehr mitkommt. Ähm, ja, das ist jetzt bei 6500, effizient. Das wird bei 0,2% das Christo nicht schneller gemacht. Das ist halt das Problem. Das braucht halt einfach Zeit. Anders kann ich's nicht machen. Äh, aber was ich jetzt mal machen werde, ist, einen zweiten Kristall aufzubauen. Ähm, Krüch, Tal, Du, und davon hab ich keine mehr. Start, Start. Ach, ne, warte, der muss ja da, ja, der muss ja wieder anfangen zu kraften, ne. Ja. Ha. Boah, hier kommst du echt nur noch von oben rein, hä. Schlimm, hä. Sieht zwar geil aus, aber ist irgendwie schlimm, da unten rein zu gucken. 488 Eimern von Fuel, äh, die Planet Fuel. Und, was sagt der? 790. Okay, Kilo Eimer. Kilo Buckets. Das ist ne Menge Strom, die wir noch hier drin haben, in, in Form von Dampf. Ne Riesenmenge. Das muss man schon mal 12.000 und bei 0,3%. Der braucht ne Weile, bevor der auf Temperatur ist. Der braucht ne echt lange Weile. Äh, na gut. Kann man nichts dran ändern. Das muss halt einfach so bleiben. Ähm, und warum die Kühler hier? Ähm, wenn der Reaktor zu heiß wirkt, ist das schlecht. Wenn der zu kalt ist, ist es auch zu schlecht. Äh, auch schlecht. Deswegen muss man ein bisschen spielen mit den, äh, äh, Active Fluid Kulern. Was ich eben rausgefunden habe, ist ein Helium. Und da halt eben auf entgegengesetzten Seiten hier 5 und da halt eben nochmal 8. Äh, dann hast du genau 5000 Kilo, was exakt auf dem Punkt 5000 Kilo ergibt, was eben 100% Effizienz aus, äh, ausgibt. Äh, hier ob sie bei 5000 Kilo pro T Kühlung und sobald die passiert ist, ist das auf 100% Effizienz. Dann geht die Temperatur nämlich mehr hoch und mehr runter und das ist gut. Ja, wie gesagt, zu hoch und der explodiert, äh, zu niedrig und du verlierst einfach Strom und deswegen guckst du immer so, dass du auf 100% hältst, was eben 5000er Effizienz sind. Was sagt der hier? So, PS Crystal und da sind sie. Äh, ich brauche noch das Bein da. Da ist er. So. Frage, du willst doch, dass der untere wärmer wird, oder dann mach doch kurz die Kühlung weg und wieder dran. Die Kühlung ist noch gar nicht an. Wenn du hier nämlich mal guckst, hier ist noch nichts an Kühlung, das wird dabei stehen. Der Pulver hat momentan noch volle Möhre durch. Äh, so. Oh. So, mit. Wunderschön. Äh, ist der auf, ja der ist auf Input. Musste ich den auf Input haben? Ja, musste ich auf Input haben. Cool. Joa, und damit haben wir jetzt halt eben schon den zweiten. Ich find das schon geil, dass der da laser hat. Steigt die Wärme dann proportional an ohne Kühlung? Äh, ne. So weit ich glaube nicht. Äh, Temperatur, wie man da sieht, ähm, steigt immer anscheinend nur durch einen separaten Wert. Was Pi mal Daumen 50.000 Kelvin pro Tick am Anfang ist und dann halt eben linear abnimmt, je heißer er wird. Weil, äh, ja. Dinge eben. Ah, ja, wozu schief geht. Aber der Theorie, ne. Ähm, der hat 320, der hat 560. Also Pi mal Daumen sollte der ungefähr 1,75 mal so viel Energie machen. Das heißt, äh, 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 ähm, ungefähr 3,8 Millionen F oder so. Also fast 4. Dann braucht er doch eine Ewigkeit zum Überhitzen ohne Kühlung. Er braucht eine Ewigkeit zum Überhitzen ohne Kühlung, ja. Aber, du musst auch verstehen, dass sobald er über ein Limit drüber ist, über ein kritisches Limit, ähm, weil der hat ja noch die 5000 Kelvin so. Ähm, es kann sein, dass der, sobald er über ein bestimmtes Limit eben kommt, äh, wieder... an Geschwindigkeit zunimmt, was, äh, die Temperatur angeht. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, kann auch sein, dass er gar nicht weiter runter geht, außer bei 2.000, 3.000. Ich weiß es nicht. Hab's noch nicht probiert. Ich will's auch nicht probieren. Kann auch sein, dass es, dass es nur so und so heiß wird. Äh, ich, ich hab keine Ahnung. Kann auch sein, dass dann bei 5000 stecken bleibt. Und dass er einfach mit 5000 weiter, äh, weiter geht oder so. Ich, ich hab keine Ahnung. Ich mein, klar, könnte ich bei dem jetzt auch machen, aber... Näh, will ich einfach nicht. Ja, ich könnte einfach den hier abknipsen. Ja. Und wenn ich das dann... Hab ich das jetzt gemacht? Ah, war doch die falsche. Nee, war der richtige. War der falsche. Danke sehr. Äh, super, ey. Jetzt vertue ich mich schon im Fusionsreaktor. Ähm, ich meinte, hier. Ich könnte den hier abknipsen. Dann warten wir kurz, bis der hier leer wird. Es braucht, es braucht eine Weile, bevor der leer wird, aber kann passieren. Stab. Näh. Ich glaub, ich hab ein Stück gehabt. Aber ja, wenn wir da den Dingens wegmachen, dann haben wir hier dann... Am Rejektor. ...die ist bei der Kühlung, äh, wesentlich höhere Temperatur-Changes. Und es kann halt eben sein, ne, dass der dann eben mit der Temperatur immer weiter steigt. Naja. Aber ob oder ob nicht, das, äh, kann ich dir nicht sagen. Also, ist auch relativ. 98% ist schon ziemlich gut. Und da ich den ja eh nie wieder deaktiviere, äh, geht er, denke ich mal. Ah ja, und je höher die Effizienz ist, äh, desto schneller dreht sich das Ding in der Mitte. Weil, wie du siehst, dreht sich der hier so gut wie gar nicht. Falls er sich überhaupt dreht. Ich weiß nicht, dreht sich der sich gerade überhaupt? Äh, wenn nicht, ist auch egal. Aber hey, wir sind bei 1% Effizienz. Und schon bei 58.000 F den Dick. Ja, ordentlich, ne? Na, 1,5% sogar. Äh, ja. Gut. Den Fusionsreaktor hätten wir noch auch schon wieder gemacht. So, nächstes Projekt ist, äh, erstmal keins. Weil ich hab nicht unbedingt viel Zeit. Ich hab jetzt noch, ja gut, 15 Minuten. Da würd ich unbedingt anfangen, die Dinger hier zu machen. Ähm, weil, wie gesagt, ne? Entweder, wir gucken, dass wir mal die... Ich muss mal was versuchen, übrigens. Äh, Krux. Und zwar, die Awakened Draconian Krux. Wir könnten die ja versuchen, ne? Weil, das ist ja, wie gesagt, nicht mehr so... Hm, anstatt das hier. Das wird, glaub ich, besser gehen. Äh, du. Die Krux. Du, du. Gib mal her. Ah ja, und die, äh... Habe ich die Tier 6 schon? Ne, hab ich nicht. Äh, Tier 6. Crafting Seeds. Und die... Die hier. Na, und die Draconian Exits. Äh, Awakened Draconian Exits. Und die hier. So, jetzt alles nach hier. So. Zuerst einmal nur eine Krux, weil... Ich das mal wissen will, ob das funktioniert. Und dann die... Awakened Draconian Exits. Nimm der jetzt auch die Master Infusion Stone. Ja, die Master, natürlich. Die Master braucht der auch, weil, äh... Wie gesagt, die nutzen sich nicht ab. Wenn du das Problem... Äh, weil das Problem bei den kleineren Infusion Stones ist, dass die sich abnutzen und dadurch führt das eben dazu, dass du, äh... Oder dass das System immer mehr von denen machen will. Was ziemlich scheiße ist. Weil du die Normalen im Rezept hast. Sieht nur so aus. Die haben an sich dieselbe, ähm... Das ist Substantiv in nicht zwei Worte. Gesundheit interessiert keinen. Und Heilmütze. Ich schreibe das... Fusionsreaktor. Punkt. Sch. Falls mich einer darauf hinweisen sollte. Abgesehen von dir. Dann ist das okay. Den ignoriere ich dann auch einfach weg. Äh... Das heißt, sei glücklich. Du bist der Einzige, der von mir eine Antwort bekommt, warum ich das so geschrieben habe. Äh... Ja, und ich bin gut im Falschreiben. Warum muss der zwei Growthy-Senses machen? Kommt jetzt ein Wiki-Eintrag. Kommt jetzt ein Wiki-Eintrag? Nee. Ich hoffe einfach mal nicht. Warum bist du nichts am machen? Ich habe keine Ahnung. Aber solange du hier noch am Basteln bist, ist das okay. Äh... Geben wir die Krux. Du weg. Du weg. Du weg. Und dann brauche ich noch den Seed. Obwohl, wach der den Seed hat ja wahrscheinlich schon, ne? Der macht zwei Growthy-Senses, weil du die bestellt hast. Ja, ich habe... Ich musste mich gerade daran erinnern, dass ich die Dinger ja automatisiert habe. Aber was ich nur halt gucken wollte, ist... Ähm... Wegen der Krux, ne? Ob ich den misst halt eben, äh... Auch per... The Growthy-Senses kann man, meine ich, auch im Draconic-Info-Singen-Altar machen. Geht schneller. The Growthy-Senses kann man... Hm. Das war ja wieder so klar, dass... Das nicht funktioniert. Doch, es funktioniert wohl. Okay, alles klar. Das ist toll. Das ist sehr toll. Äh... Na gut. Jetzt brauchen wir halt plus 20 Kruxes und... Bei wie viel haben wir noch Platz? Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay. Du, zehn, eins. Start, Start. Und dann bei den Seeds... Zehn, eins. Start. Damit wollte ich sagen, dass du das mal umbauen sollst, lol. Schlol. Die Growthy-Senses, ja, die braucht ja trotzdem das selbe und hat auch 5 Millionen, äh, als Kosten. Ich meine, klar, ich könnte sie hier drin machen, ne? Aber, äh, dann müsste ich eins in Krams jetzt schon wieder umsetzen, ey, lass mal. Ah, sie könnte es machen, aber... Ne, nee. Fettig. Ist aber, wie gesagt, schneller. Ja, ein bisschen schneller. Ich mache mir immer noch Sorgen wegen dem Fertilizer hier, wenn ich den irgendwann mal automatisieren möchte. Das ist mir... Das ist... Ich meine, automatisieren brauche ich nicht wirklich, aber... Ist halt doof, den zu automatisieren und richtig dämlich. Genauso wie das mit dem Mana-Zeug. Das ist auch scheiße. Ich meine, es gibt zwar den Precision-Dropper, damit kannst du es relativ einfach machen, aber... Ja, äh, ist so eine Sache. Ich habe einen Block zu viel abgemacht. Oh, nein. Manapool ist doch total einfach zu automatisieren, einfach Precision-Dropper und Distractor. Ich habe einen Block zu viel abgemacht. Die brauchen jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, bevor die Fettis sind, ne? Ich wollte sagen, aber die mit den Growth-Effenzen. Ich meine, die braucht ihr zwar auch, aber... Ja, nicht ganz so lange. Gott, dang it. Das ist echt viel. Ah, gut. Was willst du machen? Abgesehen von Wachten kann ich ja eh nichts machen. Äh, apropos eh nichts machen. Ähm... War das nicht... War das der Block, den ich da rauskriege? Nee. War das ein Nugget? Es war ein Nugget, was ich da rauskriege. Äh... Mach doch für solchen einfache Rezepte, die du massenhaft brauchst, in einen Crafter-T3 rein. Der Crafter-T3 ist nicht schneller als wie, äh... Dingens. Sarat. Die Crafting-CPU. Meine Crafting-CPU, die haut weit 500-600 Items pro Sekunde durch. Wenn nicht sogar mehr. In dem momentanen Zustand. Äh, wenn ich das schneller haben wollte, müsste ich schon, äh, gucken, dass ich die ganze Crafting-CPU ein bisschen schneller kriege. Das heißt, ich muss sie größer bauen. Mit mehr CPUs drinnen. Äh, 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 es ist... Nichts Kompliziertes, also nichts Komplexes. Ich muss jetzt sagen, ist da beides hier und dann bin ich das Redstone. Gott sei Dank. Ja, mach das. Ja, mach ich irgendwann mal. Weil ich Lust und Laune und Zeugs habe. Ich mach jetzt noch bitte, dass ich sie es haben und dann ist Schluss für heute. Wie gesagt, ich hab gleich noch was. Noch weg. Ich hab ja keinen Bock drauf. Ich bin heute schon jetzt Tag unterwegs. Ach. Wirklich. Also manchmal, an manchen Tagen, ne, da würde ich am liebsten nur im Bett liegen, nichts tun. Gar nichts. Ach, hey, hey. Was musst du den machen? Na, ich muss gleich noch meinem Bruder helfen im Auto. Der hat den Frontflügel ab. Gleich, wenn der kommt, da würde ich gleich sein. Wie kommt denn eigentlich das ganze Redstone in dein System? Wie, wie kommt das ganze Redstone in mein System? Das meine ich fertig. Hier, äh, oh. Ne? Ich hab einen Miner am mitlaufen und der ist halt eben kräftig, die ganzen Mist hier am durchsortieren. Falsche Rechnung. Da. Hier. Alles die beiden Miner hier. Der und der. Aber vor allem der hier. Tja, das ist jetzt bloß der hier. Nichts anderes. Nur der meiner. Ach, schlul, hab gerade gemerkt, dass ich in meinem System gerade 420k Redstone hab XD. 420k, das ist eine leicht beachtliche Menge. Ich glaub nicht, dass du so viel jemand wieder brauchst. Also wenn ich hier noch einen Fusionsreaktor drüber baue, ne? Das sieht ja schon geil aus. Ey, wir sind bei 5% und 210.000 FDT. Ist das nicht toll? Ne, vor allem wegen 420k. Ja. Smoke Reed Everyday. Ja, 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 ja. Input ist bei 4 Millionen. 3,4? Der war aber schon mal höher. Oder? War der mal 3 von 2? Ist ja auch egal. Das Ding muss größer werden. Tier 7 ist nicht genug. Ich glaub, der hier wird auch mal allmählich etwas langsamer. Man hat das Abglied drin. Und ich mein, selbst ein anderer wird jetzt nicht unbedingt viel bringen. Also ich glaube, T7 ist schon genug, wenn du den nach all der Zeit immer noch nicht voll hast. All der Zeit immer noch nicht voll hast. Hallo? Ist genug, wenn ich sowas höre. Äh, Item Ducks. So, wo? Hab ich bei dem schon Tesla Upgrades drin? Wenn der voll mit der Flüssigkeit ist, läuft der langsamer. Nein, das ist nicht richtig. Das war mal so bei dem alten Mod. Ist nicht mehr so bei Industrial Forgoing. Die Flüssigkeit verlangsamt die Maschinen nicht mehr. Äh, was wollte ich jetzt machen? Ja, Tesla. Du, du, du. Und... Ach so, aber du kannst damit doch Zeugs machen, oder? Ja, aber... Das ist nur hier... Der hat uns so ein Kram. Und ehrlich, da brauche ich jetzt doch wirklich nicht. Es gibt vieles, was ich brauche, aber das nicht. Wunderschön. So, was ist denn, ich seh's? Hab zwei. Immerhin funktionieren die Gross Crystals, ne? Du kannst ja NEN Sludge Refiner benutzen, habe ich auch gemacht, nachdem ich immer meine geliebte Dirt farmen musste und keine Lust mehr hatte, das den ganzen Tag zu machen. Also, ehrlich, ich muss kein Dirt farmen. Wirklich nicht. Ich hab hier über 6900 Dirt einfach mal so und ich brauch den eh nie. Nie. Also, von daher... Ja, nee, lass mal. Das war ein Witz. Ah, okay. Hab ich nicht rausgehört. Die Stimme hat ja relativ wenig Sarkasmus drin. Das ist schwer rauszuhören. Komm, noch zwei. Noch einer. Hey. Ein klein wenig Awakened Draconium. Cool. Wie viel Speicher hast du denn noch im System frei? So viel. Ich hab ne unlimitierte, äh, Karte drin. Also, mit anderen Worten, zwei hoch 32 minus eins. 2,7 Milliarden, Billionen? Schlag mich tot. Wie viel war das jetzt? Ich mein, zwei hoch 32 minus eins. Woher hast du denn die... Da ist ein Punkt, da ist ein Punkt. Oh, warte. Da ist ein Punkt, da ist ein Punkt. 2,14 Milliarden. Äh, woher ich die habe? Quantum. Da. Quantum Storage Disc. Gemacht in einem Craft House und mit 5000 Sekunden Wartezeit. Aus einer Quantum Storage Unit. Ist ganz nett. Ich mag die. Ich mag die wirklich. So. Ja, aber das wäre dann soweit, zumindest schon mal das von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hocher hat mir häufig den Stream gefallen. Ja, klar, ist total cheaten, aber hey. Äh, wie du siehst, brauche ich das ja, ne? Ich mein, äh, im Sinne von, ich brauche es wirklich. Hier sind, äh, über 8000 Eimer drin an, äh, äh, den Kram und hier ist... Ja, und die Ideoten vom Pack haben das immer noch nett genervt. Baby. Ja, dafür ist halt sowas, ne? Ich mein, dafür ist der Bauer, der, der, der Quantum Storage Ding aber auch sehr einfach zu craften, ne? Also, äh, mit einem Eimer oder einem Chest. Also, ja, ich find's toll. Wie dem auch sei, soviel erstmal zu heute. Äh, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ja, lasst mir doch ein Like und ein Abo, da kommt es mir gerne gesehen. Und falls ihr Vorschläge oder Anregungen habt, äh, lasst mich gerne wissen. Ha, mein E funktioniert schon wieder nicht. Ich musste Ausrufzeichen E machen. Ähm, E. Siehst du? Ähm, wir werden, denk ich mal, nächstes Mal gucken, ob wir eventuell noch den Bohr hier dran setzen. Und, ähm, ja, weiß nicht. Mein E ist größer als deins. Mein E ist größer als deins. Da ist ein Cooldown unter anderem drauf. Ähm, Cooldown. Ich glaub, ein oder zwei Minuten, ich weiß nicht, was ich eingestellt habe. Ähm, ja, wie gesagt, letztes Break ist das Ding hier. Hey, der untere Rejekter dreht sich endlich. Ja, der ist jetzt bei 8%. Äh, zwar nicht so schnell wie der da, aber ein bisschen. Wow. Och Mann, wieso funktioniert mein Wow nicht? Das ist doch scheiße. Ach, ich hasse es. Ja, der Rasenmäher ist gerade angekommen. Na gut, ich muss weg. In diesem Sinne, äh, ja, sehen wir uns morgen, indem wir dann, hoffentlich morgen, indem wir dann die... Das ist doch alles scheiße. ...diesen Riesen-Energie-Ball da machen, und dann... Ah, willst du mich verarschen, wieso funktioniert denn das jetzt? Ach, komm, ist mir auch jetzt auch egal. Dann gucke ich morgen nach. Keine Ahnung, wieso das jetzt nicht funktioniert. Euch wünsche ich noch einen wunderschönen restlichen Freitag. Ein wunderschönes Spiel. Cool, da. Und bis zum nächsten Mal bei Werken Industries. Tschüss, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. Wirklich muss das immer sein. Mensch, ey. ... ... ... ...